FileMaker Datenbanken FileMaker Datenbanken 2. Serie zum Thema Daten sichtbar und nutzbar machen. In der ersten Serie haben wir gesehen, was eine Datenbank genau ist. Eine Datenbankdatei umfasst verschiedene Tabellen und jede Tabelle hat eine oder mehrere Felder. Felder, worin Informationen abgelegt werden und eine Datenbank ist dazu gedacht, diese Informationen nutzbar zu machen. Aber wie geht das und wie lässt sich das in FileMaker realisieren? Schauen wir uns diese Beispiel-Datenbank an. Diese Datenbank ist eine Adressdatenbank mit willkürlichen Datensätzen. Sie sind nicht reell, es sind einfach zusammengewürfelte Daten von irgendwelchen Websites, die das produzieren können. Perfekt zum Testen. Ich habe hier in dieser Datenbank insgesamt 3000 Datensätze. Und FileMaker stellt verschiedene Hilfen zur Verfügung, hiermit sofort zu arbeiten. Ich kann durch die Datensätze hindurchklicken. Das ist eine Möglichkeit. Ich kann generell zum Beispiel hier im Suchfeld rechts oben über alle Datenfelder hinweg suchen. Ich kann hier zum Beispiel suchen nach Sandra und ähnlichen Sachen oder ich kann suchen nach Zürich oder ich kann suchen nach irgendwelchen anderen Sachen. Ich kann hier also ganz verschiedene Suchen direkt ausführen, die über alle Datenfelder laufen. Oder ich kann alternativ hier in der Top-Liste das Feld Suchen benutzen. Das ist eine Funktion. Und ich kann hier zum Beispiel suchen nach dem Namen Sandra und dann mit Ergebnismenge suchen, das bestätigen. Und dann findet ihr mir aus der Gesamtmenge 14 Datensätze, wo der Vorname Sandra vorkommt. Diese einfache Darstellung nennt man eine Eingabemaske. Sie eignet sich hervorragend dazu, die Daten von einer einzelnen Person oder einer einzelnen Adresse zu erfassen. Aber in der Datenverwaltung sind ja auch ganz andere Ansichten und Funktionen sinnvoll. Es gibt deswegen in FarmMaker bereits so, wenn man das ganz einfach aufstartet und noch ohne Programmierung oder irgendwelche anderen Sachen, verschiedene Anzeigen. Sie werden hier oben in der Menüleiste angezeigt. Dies ist die Formularansicht, also die Eingabemaske. Dann nebenbei gibt es eine Listenansicht. Das ist dieselbe Maske, aber in einer Endlosdarstellung. Die ist selbstverständlich in der vorliegenden Art nicht wirklich brauchbar. Und nebenbei, nebenzu gibt es dann auch noch die Tabellenansicht. Das sind dieselben Datensätze, die 3000 Datensätze, in einer Darstellung, die sehr stark an Excel erinnert. Also an eine Tabellenansicht aus der Tabellenkalkulation. Es sind aber nach wie vor ganz normal die verschiedenen FarmMaker-Datenfelder, die hier gezeigt werden. Und ich befinde mich hier auf ein bestimmtes Layout. Das ist das Layout FileMaker. Und es gibt auch die Möglichkeit, mehrere Layouts anzulegen, damit man auch dieselben Daten auf verschiedene Arten darstellen kann. Also gibt es beispielsweise die Anzeige für eine Eingabemaske. Es kann aber auch ebenso ein Drucklayout geben, eine Suchmaske geben. Also dieselben Daten können in einer Datenbank ganz unterschiedlich, je nach Bedürfnissen, dargestellt werden. Und das werden wir jetzt in einem nächsten Video noch weiter nachspüren. Wir werden schauen, was wir dafür an Gestaltungsmöglichkeiten haben. Wie FarmMaker die Unterstützung und das Anlegen von neuen Layouts vereinfacht. Und das werden wir in drei weiteren Videos in der gleichen Serie noch in Detail betrachten.